Musik Mein Name ist Bernd Kemmerling, ich bin Pianist, auch Lehrer hier an der Musikschule in Bergisch Gladbach, an der Max-Bruch-Musikschule. Und es ist geplant, dass ich am 25. September hier in der Villa Zanders mit meinem Trio ein Beethoven-Jazz-Konzert gebe. Ob das stattfinden wird, weiß man jetzt noch nicht, aber ich werde heute solo ein paar dieser bereits vorbereiteten Stücke spielen und noch ein Abendlied. Musik 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 Amen. 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 Amen.